Ey yo, what's poppin' my mans? Alles fresh bei euch? Ich denke auf jeden Fall. Heute, meine Lieben, kommen wir zum kleinen Challenge, den mir der Bruder hier aufgedrückt hat. Und zwar, heute nehmen wir uns eine 2-Shotgun-Setup unter die Lupe. Und zwar die Chaperone und das gute 7. Seraph. Wie gut sich die zwei Waffen spielen, ist ein Mysterium. Nein, ist das überhaupt nicht. Digga, Tess, das war die easyste Challenge, die du mir aufgedrückt hast. Komplette Glattrasur. Ich hab's mir sogar selber schwer gemacht und ich habe diese Mods nämlich nicht reingepackt mit dem extra Muni beim Aufheben. Ich hatte nämlich keine Materialien und auch keinen Bock, mir neue Schuhe anzuziehen. Ich hab meine Schuhe ganz normal auf Leere gelassen. Ich hatte keinen Bock, die auf Arc, um zu switchen. Deswegen ist das jetzt so, wie es jetzt ist. Aber auch nur mit einem Schuss pro Waffe kannst du so gut wie alles wegzersägen. Super easy. Ich danke dir auf jeden Fall für diese Video-Idee, weil Digga, das war easy as fuck. Ich wusste mich noch nie so wenig anstrengend. Auf jeden Fall, genug geredet. Hier kommen die Highlights für euch, meine Freunde. Gönnt euch. Ah, Bräß, Alter. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Hui, vielleicht war es doch eine sehr gute Idee. Oh, Gott, damn. Bruder, der Typ war es einfach Para, Alter. Ach, nein. Der Abstauber ist da. What the fuck, Para. Digga, der hat mir meine ganze Existenz geraubt. He he, boy. He he he. Ach, du möchtest gern. Prima du. He he. Digga, was hast du denn versucht? Oh. What the? God damn, Alter. Wie jeder mir auf die Schnauze geben will. Oh. What the fuck, Dude. Ich bin krasser als du, Kollege. Tja, Junge. Ich bin krasser als ihr beide. Aber, Bruder. Keine Mutti mehr. Digga, der A-Pack hat aus der Unterwelt, Mann. Was ist das, Scotty? God damn, Mann. Mein Freund, mein... God damn. Lass mich in Ruhe, Mann. Ja, Kollege. Krümel. Tut mir leid, Brudi. Oder Brudine. Ah. Damn. Gut reagiert, Kollege. Gut reagiert. Hallo. Perfect. Wie geht's, Jackal? Stupid. Falscher Typ. Und falscher Ort. Ah, Bro. Zum Glück bist du AFK. Ich danke dir. Man, fuck off. Your boy has no aim. Lol. Digga. Das war... Alles andere als Clou von euch beiden gerade. Psst. Ah. Fuck off, Mann. Ich bin einfach zu wild. Wo ist der Pisser? Ah. Come on, Mann. Wo ist es an den Nutten? Fuck, Allah. Oh, Digga. Diese Handschuhe sind richtig Psi. Perfect. Fuck. God damn, Mann. Dieser One-Shot ist richtig assi. Hab ich meine super verloren. Man, for real. Scheiße. Digga, was du die ganze Zeit versuchst. Ergibt gar keinen Sinn, Freunde. Es reicht nur noch ein sauberer, präziser Schuss zwischen der Brust. So wie jetzt. Zitt. Zitt. So läuft das. Ist nur die Frage, Alter, wie man mit zwei Shotguns in Control was reißen kann. Mir fehlen natürlich schon unangenehm mies die Boots. Boot-Mods. Fuck off. Ihr nichts. Meint einer ist so blöd? Nein! Digga, ich bin ein dumm Kopf. Guck dir den Bro an. Perfect. Freunde, ihr dürft was einnehmen, ne? Das ist nicht verboten. Stupid. Egal. Da sagen wir nichts zu. Ist egal. Wollt ihr was Coole sehen? Ihr habt's gesehen. Das war schon krass, ne? Perfect. Ah, köstlich. Oh. Oh, Gott damn. Das war safe. Bro, ich pushe den, als wäre das mein letzter Tag. Digga, irgendwas. Digga, irgendwas. Nein! PK-Fire! Doch, doch. God damn. Perfect. What the? PK-Fire! Ist es los? Ah, for real? Was. Gil? culpete. amuim. Wirah. Buh-Tack. Wirah. Wirah! Wirah. Wirah. Wirah! Wirah.